Heute wieder unterwegs mit Britta am Schlagabtauschtour. Wir haben den Ökobauer Rose besucht. Er hat uns berichtet, dass es ein paar Aspekte gibt im Ökobereich, warum er etwas besser mit der Dürresituation zurechtkommt. Zum einen, weil er ausgedehntere Fruchtfolgen hat und zum anderen, weil Dinkel einfach besser mit dieser Trockenheit klarkommt als Weizen. Unterwegs mussten wir hier etwas ganz Besonderes, Dramatisches erkennen und Britta hat sich das auch nochmal ganz aus der Nähe angeschaut. Ja, wir stehen hier in einem Maisfeld auf keinem Gunststandort. Ich denke, es ist ein sehr sandiger Standort. Aber das Dramatische daran ist, dass der Mais, der eigentlich einen halben Meter größer sein müsste als ich, mir knapp übers Knie reicht. Und das, wo die Energie für Futterzwecke oder für die Vergierung in einer Biogasanlage drin sind, ist mehr als mau.